Was denkt er sich diesmal aus? Taktik-Fuchs Louis van Gaal beim Training mit seiner Mannschaft in Sao Paulo, kurz vor dem Halbfinalkracher gegen Argentinien. Robben oder Messi, auf welchen Superstar muss sich die deutsche Nationalmannschaft im Finale einstellen? Für den Coach der Niederlande ist kein Team besonders im Vorteil. Ich glaube nicht, dass es einen Favoriten gibt. Im Halbfinale sind alle Mannschaften auf einem Level. Das Ergebnis wird so ähnlich sein wie im Achtel- oder Viertelfinale. Die Chancen stehen 50 zu 50. Man muss Glück haben. Die Münze muss auf unsere Seite fallen, so sagen wir es jedenfalls in den Niederlanden. Wenn man Argentinien schlagen will, dann muss man Lionel Messi ausschalten. Der Angreifer präsentiert sich bei dieser WM in einer ausgezeichneten Form. Ihn zu stoppen ist der Schlüssel. Ich glaube, Messi wurde bereits als Weltfußballer ausgezeichnet und das kommt nicht von ungefähr. Es hat seinen Grund und wenn man so viele Tore schießt wie er, dann hat man etwas Besonderes. Auf diesem Niveau und in dieser wichtigen Phase des Turniers kann er immer den Unterschied machen. Normalerweise hat er immer Probleme, seine Klasse auch in der Nationalmannschaft zu zeigen. Das will er in diesem Turnier ändern, daran müssen wir ihn hindern. Das wird eine schwierige Aufgabe. Das wird eine Aufgabe, wie gemacht für Van Gaal, der offenbar auf jedes Problem eine taktische Antwort findet. Verzichten muss der Bonds Coach dabei aber eventuell auf Robin van Persie. Der Stürmer leidet an Magenproblemen. Einsatz fraglich. Van Persie ist unser Kapitän und deshalb enorm wichtig. Normalerweise spielen meine Kapitäne immer, aber natürlich müssen sie in einer guten Verfassung sein. Im Falle eines Finaleinzugs müssten die Niederländer ihr Hotel in Rio de Janeiro wechseln. Die Unterkunft der Nationalmannschaft wurde von der FIFA für Ehrengäste und Sponsoren geblockt. Ein ähnliches Szenario wie bei der WM in Südafrika vor vier Jahren. Damals mussten die Niederlande ebenfalls umziehen. Anschließend wurde das Finale gegen Spanien mit 0 zu 1 verloren.